Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT und wir haben ein kleines Special hier, denn das ist meine 100. Folge. Deshalb habe ich mir gedacht, wir nehmen die typischste unserer Maps, eine die wir auch am längsten zocken und wir sind auf Airbus. Und mit dabei sind der Atta, der Stevie, der Badboy, der Sascha, der Flyg, das Munchkin, die Ruby und Herr Grisgold. Und meine Wenigkeit ist der Bleddick und ich gebe die Runde frei. Und welcher Sack hat wieder die Disco geworfen? Hallo, welcher Sack hat denn hier für die Bleddick-GZ-Runde-Flo? Ja, irgendjemand hat direkt die Tür aufgemacht, dass man wohl die beiden Unschteile-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge-Floge. Ich will ja nichts sagen, aber die Traitor haben verloren. Warum? Weil ich noch lebe. Ich lebe auch noch. Zu krank eben. Ihr seid rausgebugt aus dem Flugzeug und lebt noch, oder was? Ich bin nicht rausgebugt, ich bin rausgeflogen, weil irgendeiner die Tür aktiviert hat. Aber ich lebe noch. Aber das zieht dann ja die Runde nur minimal in die Länge. Ja, aber ich wurde ja rausgesaugt, bevor die Runde eröffnet war. Äh, Chriscoff hat auch noch einen Abgang gemacht. Nein, 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 ich nicht. Ich nicht. Ich will nicht. Nein, nein, nein! Ich werde hier auch weggezogen! Vivi, mach einen Abgang. Mach einen Abgang. Oh Gott! Wie geil! Wie hast du das hingekriegt? Zu spät eröffnet. Auf einmal steht der vor mir! Wer fällt jetzt? Meine zweite Runde bestand daraus, runterzugehen und mit dem Aufzug wieder hochzufahren. Bei dem Abgang bin ich blödig. Das sah so episch aus. Guck mal. Äh, hast du dich selbst umgebracht? Ja. Du bist auch ein verrückter Hund. Alter. Und wenn jetzt noch einer... Ne, verdammt, ach, warum fordere ich jetzt eigentlich hier raus? Äh, lass das, lass das doch... Nein, ich hatte den Radar-Bustippen umgebracht, wo du bist, und dann bin ich rausgekommen. Oh Gott! Aber jetzt lass noch mal die Discos teilen, ey. Mann, ehrlich. Ha, ich hab ne Diegel. Ey! Das war ich auch so, als ob ich die Schmeißen habe. Nein, du bist der, der am meisten Random-Granaten schmeißt. Da ist ein Unterschied. So. Ja, jetzt brauche ich in dieser Jubiläumsfolge nur noch das Glück, auch irgendwann mal Traitor zu werden. Zwei Runden ohne Erfolg. Kann das jetzt zum Glück schließen? Das ist gut. Es sind noch sechs Runden. So, erstmal Runden da auf Toilette machen. Warum bist du schon wieder crewed? Wen hast denn du schon wieder alles getötet letzte Runde? Sein Traitor gelegt letzte Runde. Was? Wie hab ich das denn hingekriegt? Was? Wie? Oh. Oh, wie? Du hast mich letzte Runde schon abgeknallt. Ja, ich war ja Traitor. Ja. Achso. Warum hab ich denn Minuspunkte? Jalalalalalalalalala. Nein. Ja, irgendwo ist ne Jalla hochgegangen. Ja, halt. Direkt auf der Treppe ganz oben. Harte. Uiui. Das bin gerade einer direkt daneben und hab nix abbekommen. Aber warum hab ich Minuspunkte? Ja vermuten, weil du wohl nen Traitor-Kollegen abgeschossen hast. Ja, rausgesaugt wahrscheinlich. ja weil chris rausgesprungen ist also eigentlich hat chris ihm die minuspunkte besorgt ich glaube der traitor hat die leiche geklaut was ich mal hier durch gibt es jetzt zwei drei drei müssten sagen cool ich war noch nie auf dem aufzug nicht noch ruby wurde gemacht ganz ja manchmal bei mir manchken bleibt stehen was schieß gegen die tür warum soll ich gegen die tür schießen weil du eine silence offer hast ja klar die hatten langen schalldämpfer die hatten langen schalldämpfer ich weiß nicht ob er aus dem hatte ich hatte ich dna von dir manchken ich wusste nicht ob du das bist oder andere aber du hast die silence offer wo ist bad boy jetzt hingelaufen oben oben ok wird von ruby auch gemacht hey tür aufzug oder liegt einer war ich gar nicht ich hab ja klar er muss schon lachen oh fuck jetzt habe ich schon wieder den selbstschuss anlage bad boy lacht weil er eine lüge am erzählen ist ist safe der flag zugegeben bin ich nicht safe ich habe nur die gleiche von ruby gefunden aber ich nehme ich noch mit das war mir jetzt egal ich wollte eigentlich vielleicht mitnehmen du musst darauf achten die waffen die haben seit ein paar updates haben die jetzt auch einen längeren schalldämpfer als die normalen das ist ja dann geht das längeren lauf mit schalldämpfer so muss man sagen also einen längeren maßel halt aber das ist schon zwei monate so aber jetzt mal davon ab atta das war so sinnlos und ich konnte dich nicht wiederbeleben weil vielleicht einfach nur um dich rum gegeiert ist wie sonst was und die ganze zeit klebte da noch der bad boy dran oder irgendwer keine ahnung irgendwer klebte da immer bei dass ich mir vielleicht nicht schnappen konnte jetzt habe ich eine rifle auch eine spitzenwaffe für diese map er kommt schninder spieg gleich meister ist wirklich raus einfach nur raus warum irgendwann ist es gut mit dem ey darf ich jetzt noch durch tanke irgendwann ist es gut mit diesen inno's mit den inno's nein inno sense sein ich bin seit 3,4 runden kein traitor mehr ey ne da geh ich gleich nicht durch wer ist das? wer ist das? wer ist das vor meiner tür? atta! nein! atta ist hinter mir her oh du kill ich ab ledig wenn ich den tue was? ich glaube stevie hat gerade mal gemacht eine ganz vage behauptung wenn ich tot bin ist es scheinbar chris weil chris gesagt hat er killt mich wenn er mich sieht na los na los mach doch deine drohung wahr sonst was? piepen? oh tatsache ich hörs auch stevie tot ruby tot und badboy und flike liegen in der nähe die sind die alle was alle da war ne bombe hochgegangen da war ne bombe hochgegangen ich hörs immer am rechten ohr wenn ich oh wat? hörs dann am rechten ohr? aber wenn ich da hingehe und gucke dann sehe ich da kein oh ich hab nen detektive gefunden hier ich meinste ich versteh gar nicht was du meinst aber ja wir müssen das jetzt irgendwie witzig aufziehen wie machen wir das? schlagen wir mit dem radio tot zum beispiel das wär witzig da ist ja gerade einer auf Darth Vader unterwegs das hier könnte mal witzig sein oh der aufzug ist echt so lahmarschig oh der aufzug ist echt so lahmarschig komm so lass spazieren ok papi what the fuck ich hab nen Chihuahua ich hab nen Chihuahua ich hab nen Chihuahua what the fuck ist los bei euch oh man oh man krache dass ich das nicht sehe aus meiner Perspektive ja könnte witzig sein ja ja aber hier muss ich mich trotzdem ducken oder was? wollt ihr mich eigentlich verarschen? huah hab ich mich erschrocken hey nach rechts nein wie ihr Camper alle drei da oben drin hockt beziehungsweise den dritten hab ich mit reingebracht ich bin da gerade erst mit reingehen deshalb hab ich dann alle gerufen das war wegen der CW nur ey aus der Entfernung ist da Pumpe ey und der bleibt einfach stehen und denkt sich nö ich hab keinen Bock zu sterben ich hab alles vielleicht noch ach ist ja langweilig jetzt ist er wieder groß ich mag nicht fest boah hab ich eigentlich das Baby gerade hingeschossen ich hab das Baby abgefeuert und hab keine Ahnung wo es hingeflogen ist nein ich hab schon wieder eine Juche ich hab jetzt dich damit ich will keine Juche ich hab nur 8 Schuss ich will keine Juche Och Leute Leute das ist langsam echt nicht mehr lustig ihr könnt werben wenn die alle raus sind dann ist egal Incentary Vorsicht geh weg geht doch weg meine Fresse ich brauch nur Munition Ey Mann ey Leute jetzt ernsthaft ich schmeiß jetzt hier den Brand ist doch keiner nach hinten hier kommt vor wieso wartest du mit deiner Leute hier ist ein Toter hier ist ein Toter hier sind eine Menge Toter das ist aber gar nicht so geil doch ruby you shall not pass was ruby ruby tv weg an der Leische weg hat Munchkin gerade eine Bodyboom gedroppt was ja klar so sehe ich aus dann komm mal her diese Munchkin was die meine weg hier ich glaube Munchkin hat gerade einen Bodyboom gedroppt ich bin mir nicht sicher suche immer noch eine blöde ich hab Waffe vor dem ruby ja hier vorne steve ist es hab ich schon gesagt endlich mal Armour für das blöde Ding warum hast du das ja nicht untersucht was ich hab's ja doch untersucht ich hab's ja doch untersucht ich hab's ja doch die Dings gemacht Munchkin Red Bull zu mir Red Bull Red Bull Stevie Nein Nein Stevie ist schon dreimal ausgerufen worden und ja es war tatsächlich eine Bodyboom oh nein dieses scheiß Ding so langsam aber das Schöne ist ich konnte kill ohne Probleme weil keiner damit reagiert das war mein Kuhl das mit Stevie hab ich nicht gehört auch zu viele durcheinander ja das mit Stevie hab ich gehört nur ich hab den nicht gesehen in dem Moment ja war ich hinter dir wach boah wappen sag mal wie viel mein Name wäre ab ich hab die Probeheilig abgeholzt das haben wir geklärt ich identifiziere alle Leichen und dich damit ich auch noch was kriege ach mackten ach mackten ach pipp 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 hey lass doch das Ding aus dann stirbt man doch wieder geh weg geh weg geh weg naja gut ich knall dich ab chris oh oh jetzt knallt er mich ab gleich weil er jetzt traitor ist da adaboom Mike Mannschänder auch Mannschänder auch Mannschänder auch was nein ich hab grad nur gesehen dass hier überall geschossen wurde vielleicht hörst du jetzt auf ich komm hier nicht hoch fuck wo war der Dete ich vertraue dir jetzt einfach grad mal achso du weißt jetzt nicht wenn alles klar ganz genau ganz genau toll warum liegen hier ein warte was stevie ist vor mir umgefallen wo wo hier liegen ne Menge Leichen wo ja hier ne das attas Leichen what the fuck wer ist denn hier alles drauf gegangen dann identifizier mal schön ja hab ich gerade doch alles so schön warte mal Atta ist tot das heißt ja wenn du es nicht bist sind die anderen beiden Traitor ja Leben ist manchmal man hat gute Seiten ja Munchkin du trottel Munchkin du trottel was warum knallst du mich ab ey Atta wird vom Dete ausgerufen der Dete liegt tot vor dir wo du her kommst ich knall Atta ab und du knallst mich ab ganz ehrlich ich hab nicht gesehen wer geschossen hat ich hab nur gesehen ich hab Schaden bekommen und du standst direkt vor mir ja weil du zuerst auf mich geschossen hast ich dachte du gehörst zu dem Verein dazu du das wär nicht das erste Mal ich hab mich schon wieder mit so scheiß Mac-10 mit noch ne andere Waffe und besser ja was sollst du mit Mac-10 da liegen geht ihr mal so ich bleib jetzt in Disco Vorsicht ich bleib hier hinten bei Bad Boy und Bunchkin nein du bleibst nicht bei mir bei mir na toll die drei sind wieder Campertees spelen Termen au 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 ey ey was sind das toben exit lyle saß heraus der er Wir haben ihn dann noch mal verletzt. Ich hab ihn noch 28 ab, ey! Woher lacht? Wo der ist? Ähm, vorne da, wo das Cockpit ist. Wo die Treppen da sind. Alter, der Traitor müsste jetzt nur die Tür aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie geht das eigentlich? Du hast da eine Hand. Ja, wo ist ja auch ein roter Finger oder sowas, wenn man ein Traitor ist. Ich? Ich hab da keine roten Finger bei mir. Geh mal bitte alle weg. Lass es euch durch. Oh, Flyg. Bei mir. Geh, lass mal. Oh, nochmal Flyg, bei mir. Wir kriegen die Dinger, wir kriegen diese Dinger nur die Traitor hoch. Ah, da! Ja, lol! Um Gottes Willen, was... Umgeschossen, bei mir? Ich weiß aber nicht was, wo, wann, wer? Atta. Über mir? Das war so laut. Atta, anscheinend. Und er ist tot. Der hat mich von hinten angeschossen. Steve! Dewey, damit er auch. LoL! Traitor ballert sich gegenseitig, man hofft, das ist auch nice. Warum ist hier noch einer? Ne, ich denk mal Atta wollte ihn machen bei Rundenstart. Ah, wie sagst du denn? Und hat dann zu spät gesehen, dass es ein Traitor-Kollege ist. Ich hab das von dem Dinger. Oh, vielleicht wie bei mir. Vorsicht, Vorsicht vielleicht. Du, ich hab zwei Traitor umgelegt. Ja. Hast du mal drüber gemacht? Das heißt, aus meiner Sicht... Warte mal. Ich wollt grad sagen, wer lebt noch? Wo ist Black eigentlich? Wo ist Black eigentlich? Und was macht Stevie sich so kaputt? Ja, Bleddick, Sascha und Black. Also wie viel nur noch? Ja, wo ist Bleddick? Der ist vor mir. Bleddick ist am spawnen, hat er ihm grad keine Waffe in der Hand? Mhm. Weil ich gewechselt hab. Okay. Warum sagst du denn die ganze Zeit nichts? Ich sage die ganze Zeit was, aber du hörst mir ja nicht zu. Also guck dir das mal hier an, er voll die Blut lag hier an. Von mir kann man. Ja. Ja. Ich geh jetzt nach unten, ganz weit weg. Huch! Da hat sich ein Magen gemeldet. Der Einzige, der sich mir nähern darf, ist Bad Boy. Aber Bleddick kommt ja hinterher vielleicht. Ja, dann dumme Shit. Ach, Bleddick will seinen Headshot als erstes kassieren. Was ich... Headshot, sagt er. Kassieren, sagt er. Oh Gott. Bleddick kommt wieder. Oh, ihr Camper. Das ist ja langweilig. Man muss sich doch ein bisschen bewegen. Lass mich in Ruhe, Bad Boy. Bad Boy ist safe. Ach so, ja. Bad Boy war, dass der safe ist. Vielleicht bist du ganz unten oder Mitte? Das ist ne gute Frage. Ja nicht, dass ich dir jetzt gleich... Okay, äh... Vielleicht ist er im Aufzug. Bleddick! Bleddick? Bleddick? Gar nicht wahr. Was? Ich bin doch nicht im Aufzug. Der Aufzug ist gerade gefahren. Ich dachte, wo wäre es das? Nö, nö, nö. Hey, nö, nö. Hey, nö, nö. Alles klar. Hm? Ich hatte ja mal die Aufzugtüren aufgemacht. Lebt überhaupt noch jemand außer Bleddick an mir? Ich? Und warum hast du gerade Bad Boy? Aber... Nee, Bleddick hat Bad Boy gemacht, du. Nicht ich. Hat Bad... Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Warte, ich habe das Madcap von ihm aufgesammelt. Nö, 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 nö. Du bleibst. Hier, warte, ich werfe es dir zu. Warte, wie werfe ich was weg? Gehen, ne? Nee. Wie werfe ich was weg? Kuh? Da, nimm's. Ich vertraue dir jetzt mal so weit. Tut mir leid, ich habe mich mega erschrocken, als du um die Ecke kamst. Okay. Du bist aber nicht zum sterben weggelaufen, oder? Hä? Nein, ich leb noch. Und Bleddick hat irgendwie einen Aufzug genommen, oder sowas. Der ist nicht, wer hier oben. Ja, der ist irgendwie reingesprungen. Ich glaube so eine Ahnung. Also der Aufzug ist ganz nach unten gefahren. Ne, dann ist er wieder hochgefahren. Boah, ich hasse diesen Aufzug auf dieser Map. Ah, er ist gerade im Aufzug, fährt gerade nach oben. Okay. Oder der Aufzug fährt zumindest gerade nach oben. Ja, aussteigen konntest du wohl nicht, wa? Null! Na, damit hat sich dieses Thema wohl auch erledigt. Oh je, Bleddick. Wozu soll dieser ganze Traitorismus dann führen? Weiß ich noch nicht. Ich bin mir gerade noch was am überlegen. So. Wird er da sein? Oder wird er da sein? Oder etwa direkt hier davor? Aua! Nein, der ist über dir. Gerade hat sich noch rechtzeitig der wunderschöne Radar aktualisiert. Ah, da lassen mich meine lieben Kollegen wieder alleine. Nups! Ich hab zwei mitgenommen, hallo? Es reicht doch. Ja? Na und? Weißt du, meine Arthur knallt vor mir einen ab? Ich knallt ihn ab. Direkt kommt Stevie um die Ecke, knallt den Nix ab. Ich knallt Stevie ab. Ich hatte eigentlich die Möglichkeit, als er mich gehaltert, ihn direkt anzuschießen. Warum ich das nicht getan habe. Aber das hat es eigentlich ganz gut gemacht, weil somit nur einer tatsächlich safe war. Ja, aber Arthur hat sofort Stevie verraten. Aua! Ja, gut. Das war doof. Ist gut. Na ja, irgendwie. Wie soll ich eigentlich den D-Til nicht abkneiden? Ob ich auch noch weggelaufen? Oh, meine Pumpe. Mann, war das jetzt aufregend. Adrenalin. Ich brauch mehr. Ich wollte eigentlich nur so aus Spaß einmal draufknallen. Ja, dann halt. Das bleibt los! Ey, für Arthur ist es, Arthur. Ich hab keine Waffe. Arthur? Wo ist er denn? Hab ihn. Da ist er doch. Nein. Wieder mal bestätigt sich. Man kann hier niemanden töten, ohne dass ich in der Nähe bin. Chris, hör auf mich zu ziehen. Ich darf mich hier bitte vorbei, Chris. Hallo! Chris! Dann geh doch vorbei, Mann. Ja, wollte ich ja. Du hast es mir ja nicht gemacht. Nein! 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 Dauer! Ich sehe noch, dass Ruby gerade den Abgang gemacht hat. Mit 100 kmh. Straight out to the door. Wir müssen halt nur vorsichtig dran vorbeilaufen, weißt? Wenn sie auf der gegenüberliegenden Seite. So. Welcher Traitor ist jetzt hier noch? Da keiner mehr rätet, schließe ich auf alles, was sich bewegt. Ey! Das war wieder typisch. Irgendeiner öffnet die Tür und ich werde als Traitor ausgesagt. Danke! Ich... Ich beobachte nur Flike und sehe Himmel im Hintergrund den Namen Munchkin daherfliegen. Und ich denke so, okay. Das war's für den. Oh, Mann. Wir sind wirklich das letzte, so wie sehr. Ja, ich hab ne Shotgun! Wuhu! Aus meiner Perspektive sieht es aus, ich hätte er sich mal mit dem Fingernägel an der Bordentür festgehalten, als er rausgeschoben wird. Nein! Oder zieht so'n Kratzer an der Bordwand entlang. Dieeeeeeeeeeeeee! Ich bin danach direkt ins Trieferk reingesorgt. Alter! Ich bin sowas noch ausgeflogen. Like wurde gerade angekündigt. Like wurde gerade angekündigt. Like jetzt schon genau! Ich bin Dete, fass mich an und du bist tot. Nur dass dir Bescheid bist. Like wurde gerade angekündigt. Oh Gott. Ja, als ob ich so früh in der Runde töten würde. Äh, ja? Sogar deinen eigenen würdest du so früh in der Runde gehen. Stimmt, das sagst du was? Ist das Flight jetzt K.O.S. oder nicht? Oh, das sagst du, Basto. Das Flight wurde ausgerufen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich den Dick lücke... Glad ich entscheide, weil er den D-Test. Ja, aber Flight wurde direkt von Anfang der Sekunde gerufen. Nein, das ist mir sicher. Ich hab... Wartet, seid mal alle still. Seid mal alle still. Still! Pssst! Pssst! Bad Boy? Ja? Flike? Ja? Ich glaube Lannik ist tot. Ähm... Munchkin? Was? Oh! Aua! Ivi wurde gerade hart getroffen. Von der Incendary, komm glaube ich. Ruby! Ruby verbrennt gerade im Feuer. Und schießt auf mich. Warte. Ich wollte gerade schießen. Ruby war... Ich wollte gerade schießen. Ja. Aber da war Ruby schon tot. Okay. Feuer verzieht sich. Also... Like Munchkin und Ruby, oder was? Wat? Ich bin's nicht. Obwohl... Hier! Haben wir Ruby. Wer will, sie haben. Hier. Ich hab Platic gefunden. Hier ist er. Ja. Hat aber keinen Defi bei sich. Äh... Stevie, nimm ne Waffe in die Hand. Und hier ist auch noch... Chris ist ja auch noch... Weg damit. Warte. Warte, warte, warte. Ey. Warte, warte, warte. Ivi und ich sind safe. Like Atta und Munchkin sind noch nicht safe. Und zwei davon sind Traitor. Ehm... Munchkin ist hier bei mir. Wieso seid ihr bei der oben safe? Wieso seid ihr bei der oben safe? Okay. Stimmt. Warum seid ihr da safe? Ich hatte Disco jetzt eingesammelt. Und ein bisschen Disco feiern. Hier. Wo ist denn der Atta eigentlich? Ah, hier ist der Atta. Nee, der Batboy. WTF? Wow! Das war doch nur ne Disco-Million alter Welt. Ah, Fly! Was soll da? Fly! Also doch Fly! Ja, anwesend. Das finde ich gar nicht geil. So, wo seid ihr denn? Ja... Ich will Munchkin zuerst. Das ist näher dran. Fällst du wohl um? Oh, Munchkin auch noch. Yes! Fuck! Nice! Munchkin hat den Defi mitgenommen. Fly! Ja, ähm... Fly... Ähm... Ähm... Äh... Antwort nicht. Erst tot und dann... Ja... Vor allem Atta ruft mich absolut ohne Grund aus. Jetzt mach mal die Abmodi. Jetzt mach mal die Abmodi. Jetzt mach mal die Abmodi. Abmodi. Wer auch mal die Abmodi macht, viel Spaß bei der Abmodi. Äh... Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr dürft gerne wieder fleißig kommentieren. Nicht nur bei mir, auch bei den anderen, die wahrscheinlich auch irgendwann mal ihre hundertste Folge haben. Es gibt noch ein kleines Special im Anschluss und äh... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Dankeschön Bye!